Wieso gehen wir den anspruchsvollen Weg? Auch wenn es einen leichteren gibt. Klimaneutral bis 2045. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Doch wir gehen den Stuttgarter Weg. Mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2035. Weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und weil wir uns eine lebenswerte Zukunft wünschen. Im Stuttgarter Kessel und anderswo. Der Motor der Energiewende in der Landeshauptstadt, das sind wir, die Stadtwerke Stuttgart und Stuttgart Netze. Gemeinsam mit Siemens als Technologiepartner. Zusammen arbeiten wir daran, Stuttgart zukunftsfähig aufzustellen. Es gibt viel zu tun. Der Ausbau der erneuerbaren Energien zur Strom- und Wärmeversorgung. Moderne Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Und die Steigerung der Energieeffizienz. Die Stadtwerke Stuttgart machen den ersten Schritt mit dem neuen Energiecampus. Unser Hauptsitz mit ganzheitlichem Nachhaltigkeitskonzept. Erneuerbare Energien, Mobilitäts-Hub und Energiemanagement. Intelligent gesteuert durch zukunftsweisende digitale Tools von Siemens. Um auch möglichst viele andere zu inspirieren. Denn jedes eingesparte Kilogramm CO2 zählt. Wir gestalten die Energiezukunft für ein lebenswertes Stuttgart, für eine lebenswerte Zukunft.